Moin und Willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich dir, wie du es heute schätzt für deinen Teamspeak installierst. Ich nutze jetzt hier die Version 2.3.6, da diese auch auf vielen Servern genutzt wird. Als erstes schließen wir erstmal TeamSpeak. Dann verlinke ich euch unten via WorkUpload diese Datei, die ihr braucht. Doppelklickt ihr einfach mal drauf und dann kommt schon dieses Fenster hier. Dort klickt ihr einfach auf Install, dann auf Yes und dann sagt ihr hier nur, dass erfolgreich installiert worden ist und dass ihr jetzt TeamSpeak restarten müsst. Klickt ihr auch einfach ebenfalls auf Yes. Wenn ihr dann das TeamSpeak startet, dann kommt schon mal so eine Meldung. Hier will er nur sagen, dass ich jetzt eine ältere Version habe und dass er jetzt auf eine neuere upgraden will. Das wollen wir in dem Fall nicht, weil es dann auf vielen Servern, die nicht die neueste Version nutzen, zu Bugs kommen kann. Ihr könnt dann keine Leute hören und so weiter und so fort. Wenn wir auf den Plugins-Reiter hier gehen, sehen wir hier Solchit. Und das ist jetzt eigentlich auch der Nachweis dafür, dass Solchit jetzt richtig installiert wurde. Das heißt, ihr könnt jetzt auf Server Join die Solchit nutzen. Und das war es jetzt eigentlich auch. Was ihr jetzt noch machen könnt, und zwar, wenn ihr jetzt doch die neuere Version braucht, könnt ihr hier einfach auf TeamSpeak klicken. Also einfach wieder neu öffnen. Da kommt hier wieder die Meldung und dann klickt ihr einfach auf Ja. Da werdet ihr automatisch auf eine Seite weitergeleitet. Dann downloadet der hier automatisch schon das neue TeamSpeak Plugin. Und da fängt dann alles wieder von vorne los. Ihr schließt TeamSpeak, führt diese Datei aus und dann könnt ihr einfach wieder TeamSpeak starten und dann ist das fertig. Falls ihr Probleme habt oder so, könnt ihr mich gerne über Discord kontaktieren. Am besten ein Ticket eröffnen. Falls ihr die Datei nicht öffnen könnt oder die öffnet mit einem Editor oder weiteres, einfach auf den Discord-Link klicken und dann mir eine Discord-Nachricht schreiben über ein Ticket. Und dann werde ich auch schon helfen. Das war es jetzt auch schon mit dem Video und dann ja, bis zum nächsten Mal.